Humbert III, der Heilige, war Graf von Savoyen und der älteste Sohn von Amadeus III. und dessen Frau Mathilde von Albon. Leben Humbert war viermal verheiratet. Aus der ersten Ehe mit Feidiwa ging eine Tochter Agneta, Alice oder Adelheid hervor, die 1174 starb und eine Braut von Johann Ohneland war. Anschließend war Humbert mit Clemencia, vormals Gemahlen Heinrichs des Löwen oder Germana bzw. Anna von Zirringen. Einer Tochter Konrads und Schwester oder Tochter Bert Holtz von Zirringen vermählt. Es folgte eine Ehe mit Biedreis von Burgund, Tochter des Grafen Gerhati von Melkenvian, mit der er zwei Kinder hatte. Sein einziger Sohn und Nachfolger war Thomas von Savoyen, Piemont und Maurien. Dessen Schwester Eleonore zunächst im Jahr 1189 mit Graf Guido von Ventimilia und anschließend mit Bonifatius von Montferrat vermählt war und im Jahr 1215 verstarb. Die letzte Gemahlin war Gertrud von Flandern. Humbert III war in tiefer Freundschaft mit dem englischen König Heinrich II. verbunden. Das Haus Plantagenet brauchte Humbert als wichtigen Verbündeten, da die Besitzungen Savoyens in Italien durch Kaiser Friedrich Barbarossa bedroht wurden. Zudem setzte sich der Kaiser 1178 in Saint-Trophimedales die burgundische Königskrone auf und unterstellte die Bistümer Turin, Berlin und Tarantès direkt dem Heiligen Römischen Reich. Humbert war vermutlich ein sehr frommer Mensch. So ermutigte er die kirchlichen Organisationen sich in der Nächstenliebe und der Fürsorge für die armen Bevölkerungssteile in Savoyen und Piemont zu üben. Da er einen Erben benötigte, heiratete er viermal. Im Jahre 1838 ordnete Papst Gregor XVI. an, dass er als Humberto III. von Savoyen selig gesprochen wurde und der 4. März, der Tag seines Todes als Festtag gefeiert werden solle.